gut Halli 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 meine lieben Freunde und willkommen zurück zu Rocket League aus der Sicht vom Seema Hallo Soll ich euch alle noch vorstellen wer dabei ist? Nö, wir wissen wir eigentlich nicht gek Wir sehen's doch Oh, nein, 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 wer hat eigentlich geslafen? Ich hab gedacht, der spielt nach links und dann ist aber Martin abgeprallt oder wer hat immer da geklatscht? Da hat jemand ganz gut geschlafen sein und dann prallt er von Martin ab und dann geht da nichts Egal, hauptsache ich hab zwei Paraden gekriegt Einer ist Experte Sehr geil Wow, wow, wow Buh Ja, ich such immer noch nach dem ersten Sicht des Tages Ja, guck mal los an Die ersten Tage sind Schön, warte, ich hab sie Da wär ich fast rüber gehopst Ihr kommt in die Mitte Zu stark Was? Ja, Simon! Nein, da ist doch einer von der Seite Der Ponker holt ihn raus Boah, ich wurde zerstört Der Unfailbar hat mich zerstört Unfail oder Unfail? Unfail Ich lock ihn weiter nach vorne Oh, sorry, ich hab ihn nicht gesehen Oh, nice Jetzt schieb ihn rein! Alter! Komm, der ist doch heiß! Das war schon sehr geil Goal! 80 So Muss sie sein Ich kann mal was in Kuddelmuddel Alter, come on! Bobby, wo bleiben deine Glückstore, man? Ja, die kommen doch, keine Angst Die Arnold, die das letzte Mal war's, aber eher deine Scheiße! Der Unfailbare Was? Die Glückstore sind meine Tore? Ja, immer dieses Ich fahr einfach mal dagegen aus irgendeiner Position Und die geht immer rein Natürlich Leute! Ah, jetzt klappt Der fällt mir mal zu schnell runter Shit Nein, Jungs! Hört auf! Alles sowas für den Big Boy Oh, der ist gut Not good enough Anscheinend Ah! Was war los? Was, ich hab Röhrchen ins S geschlichen Ne, ich hab den Maschen gesehen Und zwar nackig Und zwar nackig Ich bin zwar nackig Ich werde aber nicht schreien, Junge Alter Oh, nein Jungs Ätz Ich lässt dann nochmal so aufhopsen Ich hab gedacht, der spielt einfach nur hoch Und wir dürfen das nicht zulassen, dass sie gewinnt Wie im Leben, ey Shit! Fabi, hab ins Tor! Ich bin grad im Tor Ich bin grad im Tor Ab ins Tor? Ja, du warst Torwart grade Nö Doch, du warst der letzte Mann Letzter Mann, ja Woooo Der Tor ist leer Aber... Was? Ich bin hinten Ich bin hinten Ich bin hinten Ich bin hinten Ja, Alter Richtig schön Alles muss man selber machen Nice Und dann noch was sagen, ne Der war ich Nice BAM Ich bin hinten Wunder Leck Shit Sorry, 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 sorry Oh, bei mir hat's geleckt Oh, fast nicht Nicht gut Völlig Oh Scheiße, 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 scheiße scheiße Scheiße, scheiße, scheiße Gott sei denn, puh Wo geht man hin Und trotzdem nur Befreiungsschlag Ah, jetzt kommt der noch dran. Nein. Oh, Alter. Oh, er lupft wirklich drüber. Ah, ich komm nicht dran. Ich bin im Tor. Oh, der war knapp. Oh nein. Der geht rein. Wieso haut er nicht so stark weg? Ich versteh das nicht. Guck mal, was ist das? Oh ja. Genau so einmal war es bei uns die letzte Runde auch. Wir haben ihn nicht wegbekommen. Und dann fährt der Gegner einfach ran. Bogenlampe, keine Chance. Bin hinten. Danke. Oh shit. Oh, der war nice. Affe, Mann. Oh, Jungs. Das bringen alle drei vorbei. Aber ganz ehrlich. Was sind das für Bälle? Der hat auch gerade das andere Bogenlampe ein Tor gemacht. Ich darf eben meinen die Worte. Ja, so geht es mir jetzt seit fünf Folgen. Ja. Muss ich richtig scheiße tun? Ja, ja. Ja, schon. Krass. Jetzt kommt er noch dran. So, voll im Stress. Dachte er, hey, Donnerstag. Aufnehmen. Bisschen Hone Rocket League. Und jetzt. Penerbah. Oh. Ja gut. Das war knapp. Ich hab was gespielt. Vorlage. Ja, bei mir nackt's ey. Ach, gibt's es. Nein. Es kommt immer einer dran. Nein, Simon, was machst du? Sieh immer. Blödsinn. Muss gerade keiner im Tor. Fabian schieb ihn. Schieb ihn nach links. Ah, zu schwach. Ah, schade. Ah, schade. Ist schon vorbei. Ja, wir hätten das vielleicht. Aber gut. Ah, ich hab noch einen Worschuss gekriegt. Schade. Komm, einmal es geht noch für die. Ja, Mann.